Andreas Krummes wurde ebenfalls als Mitglied vereidigt. Ob er zur Verjüngung von Dislipler Escoffier beiträgt, weiss ich nicht. Zu weiteren Meldungen aus der Branche, und das nicht zu knapp, starten wir mit einer Vorschau. Den 22. und 23. Mai in der Agenda unbedingt fett anstreichen. In Syriolika wird zum 5. Mal ein Fachsymposium International Cooking Summit Chef Alps durchgeführt. An diesem Anlass treffen sich jeweils die Eliten der Gastronomiebranche. In diesem Jahr stehen unter anderem Bühnen-Shows von 9 hochkarätigen Köchen auf dem Programm. Ambitionierte Schwurme-Hobby-Köche sind ebenso herzlich willkommen. Es werden wie jedes Jahr gut 1'200 Besucher erwartet. Ein weiterer Anlass, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten, ist das erste Food Service Forum vom 23. Juni. Das Forum wird zum ersten Mal durchgeführt und ist einzigartig. Eine Veranstaltung inklusive Veröffentlichung von einer Studie mit Bezug zu einer ganzen Wertschöpfungskette von Industrie, Handel, Gastronomie und Gast. Ergänzende Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Homepage. Der Veranstaltungsort ist ein Sedan Plaza in Pfäffiker, Schweiz. Zu einem Rückblick. Am 29. April sind in Zürich die sogenannten Connoisseur Circle Awards im Park Hyatt verliehen worden. Wie es den Namen heranlässt, ein exklusiver Anlass. 222 Luxushotels aus allen Regionen der Schweiz sind genauer unter die Lupe genommen worden. Die insgesamt 11 Kategoriesieger zeichnen sich durch herausragende Servicequalitäten, Gastfreundschaft und Einzigartigkeit im Hospitality-Angebot aus. Bereits seit 2006 stehen bei Connoisseur Circle Luxushotels aus der ganzen Welt auf dem Prüfstand. Grosse Ehr für den Musiker Pagi. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag des Schweizer Bieres ist ein Mundartmusiker den Bierorden verliehen worden. Das Anzappen von einem Fass gehört zum Ritual für die Aufnahme. Er hat es gut gemacht. Pagi ist also ein würdiger Träger des süffigen Bierorden. Die Verleihung ist in Gegenwart von viel Prominenz über die Bühne wie im Bundesrat Ueli Maurer. Er selber ist seit 2013 Bierordnungsträger. Wir kommen zu einer Produkte-News aus dem Hause Heineken. Strongbow Apple Cider nennt sich das neue Sommergetränk, das eiskühlt am besten schmeckt. Ähnlich ist das Sommergetränk auch in der Schweiz erhältlich, das über viel Eis serviert am besten schmeckt. Ein Drittel Eis, zwei Drittel Strongbow steht sogar auf den Gläser. Das erfrischende, alkoholhaltige Ciders für Strongbow gibt es in drei Geschmacksrichtungen. Red Berries, Gold Apple und Elder Flower. Für die Herstellung von diesem Trendgetränk werden nur natürliche Zutaten, die unter anderem greifte Äpfel verwendet. und deshalb noch für die Herstellung von dem Äpfel verwendet. Untertitelung des ZDF, 2020